Augen und so. Damn. Ah ja, das... LOL, das ist ja gecheatet. Ja, das ist ja gecheatet. Man muss ja erstmal drauf kommen. Was denn ist das denn? Ich fliege wie ein Bumerang durch die Gegend. Sau stark, ey. Alter, alter. Was denn? Wenn du da Geld machst, dann brauchst du ja gar nicht mehr Autos. Einfach nur... Ja, wenn du halt gegen Autos nockst, und so, kriegst du halt noch mal extra Punkte, ne? Ach so, ich hab mich die ganze Zeit nur von Autos gedings. Nur von Autos schreddern lassen. Ja, wie gesagt, wenn du halt nochmal gegen ein paar Autos oder so, knackst oder so. Putz du haltet. Ja, wie gesagt, wenn du haltet, oder? Ich hab dich gefeiert. Ja, was denn? Ja, du hast du haltet. Ja, du hast du haltet. Ja, du hast du haltet. Also irgendwie spinnt bei mir grad Ach, betrunkene Airtime, what the fuck Was ist das? Au Ich hab mit einem Schlag hab ich 45.000 gekriegt Damn Oh Ah, Gold schaffen und immer Ja, sorry, ich hab das Spiel nicht gerafft, ansonsten hätten wir es gleich geschafft Ja, macht ja nichts Ja, holy shit, das sieht so aus, ne? Doch, wir können, ne, wir können's noch schaffen Ich bin, ich bin mich noch am bewegen Ja, jetzt ne mehr Ich auch, ich auch noch, aber ich schaff nicht mehr 500.000 schaff ich aber nicht mehr 90.000, 3, 94, 95 Gib einfach dein Bestes, noch bist du dich am bewegen Nein Nur 100.000 Dass die noch laufen können Das war aber irgendwie grad komisch Ich hab gedacht, die sechs Egal Komische Was war denn komisch? Dass ich einfach so umfallen lassen konnte Ich bin einfach die ganze Zeit für die Autos gelaufen und hab gehofft, dass sie mir alles anfährt Okay Habt ihr zuerst nicht gecheckt, dass man sich auch hinfallen lassen kann und den Scheiß machen kann? Hat man jetzt wenigstens endlich Sprint oder so? Oder haben wir es nicht gekriegt? Ne, wir müssen jetzt, glaub ich, wieder zurück zu dem Hotspot schließen Psst Ist dir voran diese Kugel gemeint? Ah, ich glaube ja Irgendwer hat gemeint, auf diese roten Dinger, egal Welass ich den Hotspot reichen? Mal Oh mein Gott, ey Mach ich schon wieder so ein Ding hier So eine Kugel Dann möchte ich ein Viecher jetzt gleich rauskommen Bei mir noch nicht Okay, jetzt schon Ja, ich habe ein Portal, habe ich schon geblättet Und gleich ein Generator weg Ja, ich habe ja auch schon geblättet Oh, oh, jetzt wird es lustig Ja, ich habe mal reingeschossen Wuuuff Ach, ne Wie sieht es aus bei dir? Okay Von Rudi überall ballern, ey Komm schon, deaktivieren die Geschichten Ach, ne Schüchte Boooom Ah, das Ding verprügeln schon wird es blau Das ist lustig Okay, jetzt das Fahrzeug klauen Also, ich will nicht Oh, du musst so Fahrzeugklauquests sein Ich dachte, das ist derselbe noch Ich habe keinen anderen angenommen Das müsste noch der sein, den wir eigentlich machen sollten Erst die Hotspoten dann Das ist ja noch nichts für diesen Kiet oder was Der uns den Sprint geben will Wenn ich das richtig verstanden habe Ah, dieser Sprint Hier ist das Fahrzeug Klaue das Fahrzeug Soll ich auf dich warten? Kommst mit? Wie kann man das Ding entfahren? So, muss man erstmal hochziehen Uh Kannst du gar nicht schießen mit? Gott, ich habe dich jetzt leider nicht eingesammelt Das Ding ist ja lol Kannst du schweben? Wie kannst du denn da sinken auf Ah, STRG Mit F kann man den Modus wechseln Ja, fliegst du schnell Lol Gott, nein Wie kann man denn hier steigen? Ich weiß nicht, wie man hochgehen kann Oh Gott Der Maus ist Ja, wo der Maus steht Ich glaube, ich habe die Kiste zerlegt Ja Ich habe auch so in die Kiste geschrottet, indem ich nicht richtig fliegen konnte Nee, im Schnellflugding konnte ich irgendwie nicht steigen Nächster Versuch Aber das ist cool Das Ding Ja, klar Viel zu heftig, Alter Ey, ohne Scheiß Ich rammt hier alles zu Tode, ey Ich passe ein bisschen auf hier mit dem Modus Ich habe irgendwie ein Problem mit das Ding zu fliegen, so richtig So geht es ja eigentlich von der Stauung her, wenn ich jetzt im Schnellmodus bin Was Problem ist Dann geht das irgendwie nur bergab Scheiße, ich brenne Siehste Ist doch eine Kacke Ich stürze sofort ab irgendwie Ja Bist du bei der Kugel da? Welcher Kugel? So, ist eine Kugel da von gerade Ich habe gerade gedacht, die will sie schnappen Nee Okay Ich glaube ich war schon zum dritten Mal die Karre Ich weiß noch, ob ich die ganze Zeit Schaden kriege Hä, das gibt es nicht, nein, das gibt es nicht Boah Das gibt es nicht, ich kann es in diesem Schnellflugmodus nicht steuern Komm her Komm her, ich mach das mal Die Stauung ist nämlich nicht erklärt worden Wo muss die Karre überhaupt hin? Die ist hier oben Ja, wo die hin muss Achso, hast du Ja, da ist angezeigt, wo die hin muss Bleib stehen Bleib stehen, ich will einsteigen im Flug Kriegst du was hin mit dem Schnellfliegen? Ja Ja Wie kann man denn, dass das Ding nach oben fliegt? Wo muss dann... Mit Dings Ey, ich sehe hier aber nichts auf der Map, jetzt ist mir ohne Spaß Wenn du einen Tacken runterkommst, kannst du vielleicht noch einsteigen Mir ist überhaupt nicht lustig Siehste? Ich verstehe Ja, weil ich grad AFK rumstand Wie muss man denn die Maus bewegen, dass man nach oben fliegt? Mit dem Ding Muss mit S und W musst du S und W Ja Hab ich auch grad wieder festgestellt Ja, ach So geht das, na dann geht das ja Ja, dann geht das Ich hab schon gewohnt Ey, was musst du mit S Siehst du? Ich hab kein Problem, das zu steuern So ein Tarnkappen So, ich flieg mal zum Ziel Ja, dann geht das Alter, was die für ein Damage machen, ey Das ist doch nicht normal Dann verfolgen die Wichser dich noch überall hin, ey So 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 Jetzt leine ich das Ding ganz sanft auf dem Ziel Sowieso ist geils Weißt du, du bist in so einer übelst verwinkelten Nebenstraße, ja Und die können durch die Häuser durchballern und sonst wo durchballern Kaff ich nicht Warte mal Das war doch nicht die Sprintmission Ist aber irgendwie automatisch eingestellt Störe das System Ja Ja, muss jetzt Okay, die ist da Boah, 2000 Meter Gleiten wir mal da rüber Gleiten wir mal da rüber Fast durchgefallen Fast durchgefallen Durch so ein, keine Ahnung, altes Schienensystem oder so Okay Alles verbraucht Ausdauer Gib mir mal das Auto Dann fahr ich halt mal Irgendwann haben wir den Ausdauerballen komplett voll Nach der Quest